Gott erhört Gebete, Absalom stürzte seinen Vater König David und versuchte, ihn zu töten. Der Verzweifelte irrte in der Wildnis umher und wusste nicht genau, was er tun sollte. Absalom stürzte seinen Vater König David und versuchte, ihn zu töten. Der Verzweifelte irrte in der Wildnis umher und wusste nicht genau, was er tun sollte. Während der schweren Zeit klagte David in Gebeten zu Gott. Die Heilige Schrift berichtet, David stieg auf den Ölberg und weinte, als er hinaufstieg. Und er hatte sein Haupt bedeckt und ging barfuß. Und alles Volk, das bei ihm war, bedeckte sein Haupt und ging hinauf und weinte, als sie hinaufgingen, 2. Samuel 15,30. Lektion Kinder Gottes sollten sich durch Gebet an Gott wenden, wann immer sie sich in schwierigen Situationen befinden. Die Welt besteht sowohl aus positiven als auch aus negativen Umständen, deshalb sollten Christen beten, sie alle zu überwinden. Da Gott sein Volk liebt, wird er ihre Gebete erhören. Er wird sein eigenes Volk in Krisenzeiten nicht im Stich lassen. Gott wird sicherlich auf die Schreie seiner Kinder antworten und ihre Gesichter leuchten lassen, trotz aller schwierigen Umstände, die sich ihnen in den Weg stellen könnten. Lieber Gott, bitte lehre mich, wie ich zu dir um Hilfe in schwierigen Situationen beten kann. Wenn ich bete, höre bitte zu. Erhöre meine Gebete und erfülle jede Bitte meines Herzens. Lass mich in den Tagen meines Lebens in Freude, Frieden und Wohlstand leben, denn im Namen Jesu Christi erfülle ich meine Bitten. Amen. Lass mich in den Tagen meines Lebens in Freude, Frieden und Wohlstand, 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 Frieden und Wohlstand. Vielen Dank.